...aufgelegt. Ja, auch ich kann nicht aufgehen. Ach, guck's jetzt. Jetzt fahren wir die erste. Wollen wir das? Wollen wir das? Wollen wir das? Aber doch sehr, es reicht. Weil ich wirklich unter diesen Umständen wirklich weiterlebe. Es ist wirklich sehr bescheidend. Ich nehme ja gerade auf, während ich ein anderes Video nach Ränder. Möglicherweise die Folge, die bis draußen ist. Also, zu der Zeit, die ich aufnehme, ist die Folge bis draußen. Weil ich es hier gerade runtergehe. Wer weiß, was denn da ist. Und ich kenne da die ADE nicht. Nein, ich habe nicht übergetrieben. Ich weiß selber nicht gemacht. Aber ich kann auch nicht übergetrieben. Und der weiß, was ich meine. Und ihr wisst, was ausgesprochen wird. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Fiegt das an. Was? Die Leute haben die DEMOX aussprechen. Ami DEMOX, Ami DEMOX, Ami DEMOX. Ami DEMOX. Das ist aber kein DEMOX. Ich spiele nicht mit DEMOX. Nein, ich bin. Oh, er hat Rückenwind in die Bergwünsche. Ich weiß es nicht, es ist doch noch nicht spannend. Die Tür bauen total, das ist doch nicht so eine Spannung. Die Menge Hühnerfüße essen, das ist nicht so eine Spannung. Als Thema eigentlich schon. Wer ist von euch Hühnerfüße? Wer ist Hühnerfüße von euch? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr wisst, wer Hühnerfüße schreibt. Äh, ist. Ich meine, ich schreibe. Hühnerfüße habe ich schon oft geschrieben. Vor allem in der Schule, wenn wir es mussten. Weißt du, da schreibst du 10.000 mal Hühnerfüße hintereinander. Wie heißen das eigentlich? Sind das Hühnerfüße oder? Da gibt es doch solche Satzzeichen. Das Hühnerfüße oder Hühnerfüße? Gibt mir leid, aber ich will immer diese Ansicht haben. Finde ich nicht irgendwie schön. Und ich habe mir schon fast gedacht, dass wir genau noch einmal fahren müssen. Weil es nämlich Pi mal da nicht reicht. Davon kriegen wir nämlich nur 32. Der Kontostand ist aber so. Das heißt, wir würden über den Schnitt ungefähr um die, äh, ich rechne mir kurz das aus. Das sind 3 und, ja 53 sind das. Und wir brauchen, ohne angeben zu wollen, brauchen wir, ja. Ja, da brauchen wir etwas mehr. Es tut mir leid. Ich bin nicht zufrieden. Ja, ich will gleich immer das Größte und Beste haben, aber, weißt du, spiel doch selber das Spiel, wenn das besser kommt. Und ich geh auch gern gerne darauf ein. Die Traktoren sind zwar billig, aber sie sind nicht zufrieden. Weil wenn selbst der Scene besser ist, weißt du, dann weiß ich nicht, was da erwartet. Und dahin war ein Kursi fast gar nichts. Und da TV-V ist eigentlich in Ordnung, aber preist sich im Euro auf Mods angewiesen. Und gucken, ich hab jetzt viel gespürt schon. Mit 24 ist das Open TV-V. Ja.